Ja, auch hallo in die Runde. Und ich habe tatsächlich hier was mitgebracht. Ein frisches Gehirn. Ist gerade entnommen. Ich muss das hier gerade nochmal rausholen. Dieses Werteorgan, das wisst ihr, treibt so unseren Schabernack und Schabernack mit uns, weil immer wenn wir was verändern wollen, dann haben wir absolut Mühen damit. Und das kennen wir natürlich auch von Teilnehmern in Trainings und Seminaren, dass die nämlich auch hinterher damit Mühe haben, die Dinge umzusetzen. Und ich will heute aufräumen mit der Annahme, dass es ja an der Motivation liegt, dass die Leute das nicht hinkriegen. Das ist nämlich eine falsche Annahme. Und ich möchte auch aufräumen mit der Annahme, dass man nur nicht nur diszipliniert sein muss, dass man sich anstrengen muss, dass man kämpfen muss, um Verhalten zu verändern. Und das ist vielleicht eine gute Nachricht zum Ende eines Jahres, wo ja die Silvester-Vorsätze demnächst auch wieder vor der Haustür stehen, dass ihr heute etwas darüber lernt, wie funktioniert das eigentlich, sich da besser zu steuern. Und wir könnten diese doch einfache Technik nutzen, um da Menschen zu mehr Trainingserfolg zu bringen, um Menschen bei Verhaltensänderungen zu unterstützen. Und du hast mich gebeten, noch zwei, drei Worte mehr zu sagen. Also du hast ja schon erzählt, was ist so meine Leidenschaft? Meine Leidenschaft ist tatsächlich seit Jahren die Frage, warum funktioniert Veränderung nicht so, wie wir uns das vorstellen? Und andersrum gedacht, was müssen wir denn tun, damit das besser funktioniert? Und ich habe zwei Jungs, die sind zwölf und 15 Jahre alt. Und da habe ich das Thema Veränderung genauso vor der Haustür, als wenn man eben in Firmen arbeitet, als Trainer oder wo auch immer. Und auf die Frage, warum musst du das Change mich am Arsch halten, heißen das Buch? Du hast ja auch so schön gesagt, darf ich es überhaupt aussprechen? Aber es liegt einfach daran, dass ja auch ganz viele Menschen da draußen denken, Mensch, ja, muss ich denn schon wieder mich verändern? Dann muss ich noch mehr mich wandeln. Und dieses Change mich am Arsch kenne ich auch von zu Hause, weil ich eben, wie gesagt, auch immer wieder bestrebt bin, bei meinen Kindern Veränderungen hinzubekommen, wie zum Beispiel, dass sie aufräumen, dass sie abwaschen, ja, und uns armen Eltern auch mal abends ein Bier aus dem Keller holen. Und wie das alles hilft, im Privaten, wie im Berufsleben, wie ich es schaffen kann, Veränderungen hinzubekommen, dazu jetzt ein paar Worte. Und wenn ihr euch das hier nochmal so vor Augen führt, das Thema Gehirn, dann nochmal eine Überlegung, wo ich euch mitnehmen möchte. Denkt doch mal bitte an etwas, wo ihr selbst euch in der letzten Zeit verändern wolltet. Vielleicht ein aktuelles Thema. Ich nehme hier als Beispiel, um euch diese Technik des Rückfallmanagements gleich zu zeigen, etwas, was vielleicht auch der eine oder andere kennt, nämlich du gehst abends zum Kühlschrank und denkst, ach, tu dir mal was Gutes und ziehst dir irgendeine Torte rein oder was auch immer da drin ist. Und du ärgerst dich dann und denkst, boah, hätte ich doch nicht diese Torte genommen. Und ihr, die als Trainer und Personalentwickler da draußen unterwegs seid, ihr wisst natürlich das, was hier oben in diesem Gehirn passiert, nämlich, dass so eine Gewohnheit eine dicke Datenautobahn ist. Dass das sehr gut installiert ist. Das ist so ähnlich, als wenn ihr auf der Autobahn fahrt und ihr nicht mehr groß drüber nachdenken müsst. Und diese Technik des Rückfallmanagements, die könnt ihr euch auch am besten erschließen und merken, wenn ihr dieses Bild von der Autobahn gleich mitnimmt. Wenn ich also auf der Autobahn fahre, dann gibt es hier oben eine gute Bahnung im Gehirn, wo man sagen kann, das ist das Gewohnte. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, dass wenn ich hier oben was anders machen möchte, also quasi die Ausfahrt von der Autobahn erreichen möchte, dann muss ich mir natürlich auch sehr genau überlegen, wie ich da hinkomme und was überhaupt die Ausfahrt ist. Das heißt, die wenigsten Menschen werden hier widersprechen und sagen, ich brauche erstmal ein klares Ziel, damit Veränderung überhaupt funktioniert. Das Zweite, wo die wenigsten von euch wahrscheinlich widersprechen werden, ist, dass es Motivation bleibt. Und wenn ihr euch nochmal die Trainings und all die Entwicklungsprozesse vor Augen führt, wo ihr selbst schon vielleicht aktiv wart oder wo ihr selbst euch versucht habt zu verändern, dann wisst ihr, dass dann aber eigentlich der entscheidende Moment dahingehend euch begegnet, dass ihr euch vornehmt, was zu verändern. Also ihr wollt abends nicht mehr zum Kühlschrank gehen und die dicke Torte rausholen und dann passiert es, ihr macht es trotzdem und hinterher denkt ihr, boah, Mist, hast du wieder nicht geschafft. So, und jetzt lüfte ich mal die Idee und ihr seht gleich ein Schaubild, ein Ablaufdiagramm und die Folien, die kriegt ihr auch hinterher mit, so dass ihr damit weiterarbeiten könnt. So, das ist erstmal das Bild, mit dem ich euch hier gleich in der Kürze der Zeit in Kontakt bringe und der Idee. Wenn ihr euch jetzt hier auf der rechten Seite anschaut, die Grafik, dann seht ihr hier, hier in dem blauen Rahmen, das, was üblicherweise passiert. Also, wir haben uns ein altes Muster vor Augen genommen. Ich möchte kein Konfliktvermeider mehr sein. Ich möchte keine Vorwürfe machen, wenn ich ein Feedback gebe. Ich möchte abends nicht mehr zum Kühlschrank gehen und mir die dicke Torte rausholen. Das würde ich hier hinschreiben und sagen, das ist das Alte. Und die Technik lässt sie eben tatsächlich gut auch in Trainings- und Coachingsprozessen einbauen. Man legt sie quasi auf den Tisch oder macht das wie ich hier auf dem Bildschirm und könnte dann hier quasi dieses Feld befüllen und der andere schreibt dort rein, mein Muster ist, ich latsche abends im Kühlschrank. So, das Zweite ist... Sorry, Axel. Ja? Sorry für die Unterbrechung. Wir sehen dein Bild noch nicht. Das ist ja gemein. Ich habe hier Bildschirnteilen sichtbar. Das ist hier... Kann man umstellen oder things simply muss kurz rausgehen, das sind jetzt zwei freigegebene Bildschirme oben. Genau. Super, passt. Danke. Danke fürs Bescheid sagen, weil ich habe es nämlich gesehen. Das ist sehr merkwürdig. Danke. Aber jetzt sehen alle was. Ja. Okay. Wo ich gerade stehen geblieben war, ist, wir haben uns ein altes Verhaltensmuster vor Augen geführt. Wir wissen im Grunde genommen auch, was ich als neues Muster haben möchte. Und die Technik geht eben so, dass man wirklich diese Felder hier befüllt, wie ich das euch hier in der Kürze der Zeit sagen werde. Also ich würde mir dann überlegen, was ist denn die Alternative zum Kühlschrank gehen abends und die Torte rausholen. Und dann würde ich mir sagen, naja, wunderbar, dann vielleicht Apfelchips oder Ähnliches, irgendwas Gesundes. Und ich müsste halt natürlich von dieser Idee begeistert sein und das auch ein lohnenswertes Ziel führen finden, damit ich diesen Weg so gehen möchte. So, und dann kommt aber der spannende Moment, nämlich, warum ist dieses allein nicht ausreichend? Weil, und das seht ihr hier in dem roten Kasten, in unserem Gehirn ganz viele verschiedene Dinge ablaufen, die normalerweise völlig unbewusst sind. Und die Technik des Rückfallmanagements, die macht diese sichtbar. Und bleiben wir nochmal beim Bild von der Autobahn. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt, das ist hier der Strich hier oben, dann ist das, wie gesagt, so die alte Bahn, auf der ihr immer rumlauft und euch in dieses Gewohnheitsmuster hineinbegebt. Jetzt ist das Interessante an der Rückfallmanagement-Technik, dass sie sagt, es gibt Vorgoten, Anzeichen, Signale, wie Straßenschilder an der Autobahn auch, die mir zeigen, dass ich wieder in das alte Muster hineinrauschen werde. Also, ich muss überlegen, was sind denn so Signale, die kommen können? Beispiel, du denkst nach, das erste, woran ich wahrscheinlich erkenne frühzeitig, dass ich wieder in das Tortenmuster reinrutsche, ist, ich sitze auf dem Sofa und denke, ach, tue ich mir mal was Gutes. Dann würde ich das hier reinschreiben. Dann würde ich mich fragen, was passiert denn danach, wie auf der Autobahn laufen auf, was ist denn das Nächste, was passiert? Dann sehe ich mich vielleicht auf dem Weg zum Kühlschrank und denke, schon in Gedanken, wie toll das ist, wenn ich mir gleich was Gutes tue. Dieser Gedanke, Lust auf diese Torte, ist aber noch nicht so, dass ich die Torte längst gegessen habe, also hätte ich noch eine Chance umzukehren. Jetzt ist aber das Spannende an der Technik, wie auch, wenn ich auf der Autobahn fahre, dass je früher ich diese Signale sehe und diese Straßenschilder, umso besser kann ich es steuern. Deswegen gehe ich lieber zurück und frage, was ist denn ein früheres Signal, das mir zeigt, dass das wahrscheinlich wieder passieren wird, dieses alte Muster. So, und dann fällt mir vielleicht ein, wenn ich schon müde von der Arbeit komme, dass das ein deutliches Signal ist, dass das die Wahrscheinlichkeit steigert, dass ich zur Torte greifen werde. Später, vielleicht ein paar Stunden erst. Und wiederum würde ich mich fragen, gibt es nicht noch was viel, viel Früheres, wo ich dran merken kann, es wird passieren. Vielleicht habt ihr ja selbst eine Idee, wenn ich so drüber spreche. Also was ist das früheste Signal? Das kann eine Situation sein, das kann ein innerer Satz sein, das kann ein Gefühl sein, wo ich merke, ich werde wahrscheinlich wieder in das alte Muster reinrauschen. So, und dann fällt es dir ein. Das früheste Signal ist, du stehst im Supermarkt und denkst, ah, Torte ist alle. Und jetzt hast du im Grunde hier eine lange Strecke, die dir zeigt, wenn ich diese Straßenschilder beachte, eins, zwei, drei, vier, habe ich eine Chance, frühzeitig gegenzusteuern. Jetzt kommt aber der Trick, ich muss meinem Gehirn helfen, dass es das tut. Und da kommen wir wieder hier ins Spiel. Das Gehirn ist ja automatisch unterwegs, Autopilot, wie auf der Autobahn auch. Jetzt muss ich im Grunde genommen, dafür steht dieses Mittelfeld, muss ich mir im Grunde genommen Stopp sagen. Also bildlich, ich klopfe hier auf das Gehirn drauf, sagt, hallo Gehirn, aufwachen. Das ist jetzt ein Signal, das ist jetzt ein Vorbot. Und wenn du so fröhlich weiterfährst auf deiner Autobahn, dann wirst du wieder reinrutschen. Jetzt habe ich das auch noch geschafft, diesen Gedankenstopp. Jetzt kommt das Interessante, und das habe ich auch vorher natürlich nie gedacht, was das bedeutet, wenn ich das mit Teilnehmern durchgehe, in Trainings- oder in Coaching-Prozessen. Nämlich, ich muss hier unten überlegen, was mache ich dann eigentlich, wenn ich diesen Vorboten sehe und höre? Also was muss ich dann konkret denken? Was muss ich dann eigentlich tun? Und dann erst, wenn ich dieses Feld hier unten bestückt habe, nämlich, was mache ich dann eigentlich, wenn ich in dem Supermarkt stehe und denke, Torte habe ich nicht eingekauft, muss ich tun? Ich müsste dann vielleicht in meinem Kopf mir überlegen, Mensch, kauf keine Torte, bring sie nicht mit, auch wenn es noch so lecker aussieht. Lass sie liegen. Welche Sätze dir auch helfen. Vielleicht stellst du dir vor, wie du morgen vorm Spiegel stehst und denkst, Gott, ich sehe aus wie eine Seegurke. Egal, was es ist. Es braucht irgendwas. So, und insofern, jetzt bin ich in der Kürze der Zeit natürlich nicht in der ganzen Kompletten Plan zu machen. Gehst du hier weiter und überlegst sehr genau, was hilft dir wirklich, um das neue Muster hier hinzubekommen? Und die Grundidee ist einfach, Vorboten erkennen, Stoppsignal, Gehirn wecken, Notfallplan abrufen, damit du dann weißt, wenn die Hitze des Gefechts im Alltag passiert, was du tun musst, damit du die Kurve kriegst. Das ist so die Technik des Rückfallmanagements und letztes Wort und dann gebe ich ab hier. Daran seht ihr, wenn Leute hier das hier ausfüllen, dann wird es sehr viel klarer und präziser, wie ich mich hier vorne steuern muss in dem roten Kasten, um hinterher anzukommen. Und ihr seht, ich habe viel mehr Möglichkeiten und Raum, das zu schaffen und es hat nichts damit allein zu tun, dass ich mich nur anstrenge und denke, sondern die Leute schaffen oft deswegen Veränderungen nicht, weil sie nicht wissen, wie der Vorbote aussieht und was sie dann tun, um die Kurve zu kriegen. So vielen Kürze der Zeit, schöne Grüße vom Gehirn, weiter geht's mit dem nächsten Kollegen. Vielen herzlichen Dank, Axel. Vielleicht bevor wir zum nächsten Kollegen gehen, gibt's dazu mal eine Frage. Ich sehe gerade im Chat, einige sprechen darüber, wann so ein Rückfall passiert. Ich kriege übrigens Axel jetzt nicht mehr raus, dass man aufs Gehirn schlägt. Das ist dann jetzt mein Notfallplan. An die Gruppe und an die Zuschauer, bitte gerne, wenn Sie möchten, jetzt eine kurze Fragerunde. Ansonsten machen wir dann gerne auch weiter. Ich warte noch ein paar Minuten. Ja, ich hätte eine Frage hier, Susanne. Leider habe ich Probleme mit dem WLAN, deshalb habe ich die Kamera aus, weil es heute sehr instabil ist. Und zwar würde mich interessieren, ich finde das Beispiel mit der Torte ja unheimlich plakativ und da kann ich das unheimlich gut nachvollziehen, was es, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich im Verhalten ist, im Meeting, dass ich sage, im Meeting kommen mir hunderttausend Ideen und Themen und die bringe ich ein und das ist auch gut, aber es ist halt dann immer mit dem Time, mit der Zeit dann irgendwie nicht so gut fürs Meeting. Und das ist ja was, wo ich mich jetzt schwer tue. Also dieses Beispiel so da zu überlegen, wie deutet sich das an, weil das ist, was sich sehr spontan in so einem Meeting aus dem Setting heraus ergibt und wie kann ich da jetzt dieses Rückfallmanagement machen, weil diese Schritte mit dem Supermarkt-Torte, mit dem ich laufe zum Kühlschrank, die finde ich jetzt für dieses Beispiel schwer zu finden, weil es ja im Meeting spontan entsteht, ohne dass es sich zumindest im Moment in meinem Kopf nicht so bewusst ankündigt. Also danke für die Frage. Du sagst da was ganz Entscheidendes, nämlich, dass du momentan dir noch nicht so viel Gedanken gemacht hast oder noch nicht so dich darauf sensibilisiert hast, was du eigentlich für Vorboten vorher hast. Und wenn ich jetzt mit Leuten diese Technik mache, also zu verschiedensten Themen, auch dein Thema würde da hervorragend geeignet sein, dann ist oft so die Reaktion, dass die Leute sagen, hm, was für Vorboten, ich weiß gar nicht, was der meint. Und es fängt an mit so einer Art Selbstbeobachtung. Also wenn du sagst, dein Muster ist, du bringst ganz viele Ideen, ganz viele auf einmal rein, so habe ich dich verstanden, richtig? Ja, genau. So, dann würdest du ja im Grunde genommen sagen, was ist der erste Vorbote, der mir zeigt, dass ich in diesen Modus reinschaue und reinkomme? Was ist das, was ist das, was ist auch die Situation, wo das passiert? Ich schätze jetzt mal ein Meeting, würde ich unterstellen. Genau, immer ein Meeting. Und dann wäre zum Beispiel, jetzt wirklich schnell geschossen, wäre so eine Frage, wenn du morgens aufstehst, der Wecker klingelt und du stehst auf, was wäre das erste Signal an diesem Tag, wo du wüsstest, es wird wieder passieren? So, und dann kommt manchmal so ein Gedanke, dass du sagst, ich merke es vielleicht schon daran, dass ich denke, ja, heute ist wieder ein Meeting und da muss ich vielleicht Leute überzeugen und habe ganz viele tolle Ideen, was ich denen sage. So, und dann wüsstest du, das wäre schon mal einer der ersten Vorboten. Dann geht das meistens im Kopf so weiter und das wäre halt die Fragetechnik, die da noch dranhängt, nämlich, wie passiert das in deinem Kopf, was sind so die inneren Sätze, die dich sozusagen lossprudeln lassen? Und dann würdest du vielleicht merken, das ist im Kopf irgendwie so eine Begeisterung für eine Idee und wenn du diese Begeisterung spürst, dann wisstest du, das ist ein Vorbot, dass es weiterläuft. So ganz, ganz schnell wirklich gesagt, also das lässt sich herausarbeiten und das ist manchmal ein bisschen Übung und wenn du jetzt mit dem Gedanken arbeitest und sagst, ich schaue mir mal über die Schulter, wie funktioniert das eigentlich bei mir, dann wäre das schon mal der erste Schritt, da mehr zu erfahren. Dankeschön. Gerne. Das ist jetzt mein Lecker, dass ich aufhören soll zu reden. Danke, meiner wäre nämlich jetzt auch losgegangen. Axel, vielen Dank.